Heute geht es um Lärm und Gesundheit. Unsere Augen können wir schließen, wenn wir müde sind oder uns etwas nicht gefällt. Mit unseren Ohren geht das aber nicht so einfach. Schon heute steht Lärm weit oben auf der Liste der krankmachenden Umweltfaktoren der Weltgesundheitsorganisationen. In diesem Projekt erkunden wir gemeinsam den Einfluss vom Lärm auf unsere Gesundheit. Hast du dich nicht schon mal gefragt, warum es manchmal schwer ist, sich zu konzentrieren, wenn es laut um dich herum ist? In diesem Projekt schaust du dir die Lärmbelastung in deinem Umfeld mal genauer an. Außerdem findest du heraus, was die lauteste Stadt der Welt ist. Danach programmierst du mit Calliope Mini deine eigene Lärmampel, mit der du Lautstärke messen kannst. Lade für das Projekt ca. 2-3 Stunden ein. Du kannst es in der Schule machen, aber natürlich auch zu Hause. Gedanken zu Lärm und Wohlbefinden haben sich auch Jugendliche der Schiller Schule in Hannover gemacht, als sie eine Lärmampel an den Hackdays von Make Your School erfunden haben. Mit diesem Projekt, das uns als Inspiration gedient hat, waren sie dann sogar das Gewinnerteam in der Kategorie Nachhaltigkeit beim Make Your School Maker Festival 2019. Wenn du wissen willst, wie es weitergeht, dann schau dir die Beschreibung an. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.